Willkommen zurück zu den absolut nicht neuen Filmempfehlungen für euren kopflosen Halloween-Abend. Natürlich, Gothic-Horror vom Feinsten von Tim Burton, Sleepy Hollow mit Christina Ricci und Johnny Depp und Christopher Walken in seiner kopflosesten Rolle. Get it? Das ist lustig. Das war meine Filmempfehlung für heute, für euren Halloween-Abend. Die nächste gibt's morgen. Dann haben wir nicht mehr viel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.